Ungefähr 30 Turnerinnen und Turner vom Turnverein Brattler, alte Sektion, haben am Eidgenössischen Turnfest 2013 in Biel mitgemacht. Bei der Rückkehr sind sie am Bahnhof von den Brattlervereinen feierlich empfangen worden, unter dem Publikum, die Angehörigen und auch etliche Prominenz. An diesem Anlass, der fast zwei Wochen gedauert hat, haben sie an den Wettkämpfen und an der Grossraumvorführung an der Schlussfeier teilgenommen. Auch wenn zwei heftige Gewitter das Turnfest überschattet haben, bleiben sie in den unvergesslichen Momenten, von denen hier jetzt ein paar Bilder gezeigt werden. Ziemlich am Anfang des Festes kam das Sinti-Aka-Team zum Einsatz. Zwei Mannschaften haben sich am Dreuspiel-Turnier beteiligt. Dieser Einsatz ist mit dem ersten und vierten Rang belohnt worden. Herzliche Gratulation! Da gilt es ernst im Ringtennis. Drei Schnappschüsse aus dem Fussball-Turnier. Im Hintergrund die Brattler Mannschaft in Aktion im Go-Bat-Turnier. Zehn Turnerinnen und Turnier haben sich an der Grossraumvorführung beteiligt, in dieser Sektion, in der geile Fallschirme als Übungsgeräte zum Einsatz gekommen sind. Dieser originelle Übungsteil ist beim Publikum sehr gut angekommen. Beim Festhüttenbetrieb haben manchmal die Wogen hochgeschlagen. Auch der Umzug gehört zu einem eidgenössischen Turnfest. Der einzige Brattler, der am Umzug aktiv in Erscheinung getreten ist. Jetzt gehen wir aber wieder zurück zum Empfang in Brattler. Im Umzug geht es Richtung Schulhausplatz vor der Alten Dorfturnhalle. Dort werden die Turnerinnen und Turner vom Gemeinderat und Vizepräsidenten von Brattler, von Max Hippenmeier, begrüsst. Wenn man hier so in die Runde schaut, sieht man doch, wie sich das Turnier gewandelt hat. Früher sind alle stramm und weisse Kleidchen hoch, ganz beschmückt. Heute sehen wir eine bunte Schar, wo alle zufriedene Gesichter haben und ich denke, so sollte es sein. Und es freut mich natürlich, dass wir trotzdem Wandel in der Gesellschaft immer noch fertig bringen, eine Delegation an die eidgenössischen Turnfeste zu delegieren. Das nächste eidgenössische Turnfest findet in sechs Jahren in Arhaus statt. Das nächste eidgenössische Turnfeste